Hier ist eine Computergeschichte, im Jahr 1963, es entsteht in den USA die Transistor-Transistor-Logik, TTL. Bei dieser Schalltechnik steht vor allem im Vordergrund, möglichst viele Funktionen auf kleinen Bauteilen zu stecken. Hier ist eine Computergeschichte, im Jahr 1774, Philipp Matthäus Hahn entwickelt eine Rechenmaschine, Staffelwalzen, für alle vier Grundrechenarten, die erstmals zuverlässig arbeitet. Hier ist eine Computergeschichte, im Jahr 1959, der amerikanische Physiker Robert Neuss entwickelt, zeitgleich mit Jack Kilby, den integrierten Schaltkreis und begründet mit anderen Herstellern die Entstehung des Silicon Valley. Die Entwicklung der PDP-1, ist der erste speicherprogrammierte Minicomputer, der aus digitalen Schaltkreismodulen besteht. Hier ist eine Computergeschichte, in den 60er Jahren, es wurden neue Komponenten in die Elektronik eingeführt. Dabei wurden integrierte Schaltkreise, ersetzt gegen die Transistoren. Dabei sind ICs die wichtigsten Komponenten für die Entwicklung von Taschenrechnern und Personalkomputern. Währenddessen wurde BASIC, eine nicht-professionelle Programmiersprache für den normalen Computereinwender, entwickelt. Hier ist eine Computergeschichte, im Jahr 1977, Steve Jobs und Steven Wozniak gründen Apple. MOS bringt den C64 auf den Markt, 64 Kilobytes RAM. Während Rissen produziert Motorola erstmals einen 16-Bit-Prozessor namens 68000 und Intel produziert den 16-Bit-Chip 8086ster. Zur gleichen wird die Internettechnologie entwickelt. Hier ist eine Computergeschichte, im Jahr 1679, Leibniz entwickelte das duale Zahlensystem mit 0 und 1. Hier ist eine Computergeschichte, im Jahr 1937, Alan Turing skizziert den Aufbau eines Automaten, mit dem sich mathematische und logische Probleme lösen lassen. Hier ist eine Organisation aufgrund der VO Jenny